Ja, Leute, wir sind wieder zurück bei Game of Thrones, eine neue Aufnahme. Genau. Wir haben einen kleinen Break gemacht, so habt ihr vielleicht gar nicht gemerkt, aber... Zwischen der fünf... Auch habt ihr gemerkt, stimmt ja. Klar, ne? War alles. Weiter geht's mit Mira in King's Landing. Spannende Szene. Mirafolster. Grauslich. Hm. Oh, Stierce. Deine Grace. Du bist mit meinen Brüderchen, nicht wahr? Sicherlich warst du hier vorhin. Du sahst ziemlich verwirrt, als du hier kamst. Als ob du nicht wusstest, wo du warst. Wahrscheinlich, dass du diese Brüderchen kennst. Du bist ziemlich die Wichtigkeit, nicht wahr? Wir spielen jetzt mit Tastatur, weil ich meinen Kontrolle vergesst habe. Ja, aber schon, es geht. Du bist sehr leid. 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 Ich habe dich vergesst, Deine Grace. Ich habe Dinge gehört. Ich verstehe, dass du ziemlich beschäftigt hast. Sag mir, du bist eine ehrlich, leidige Handmaidin? Eine kann sich mit euch mit Norden-Gerlern nicht erzählen. Natürlich geht es nicht. Das ist die erste. Ich versuche zu sein, Deine Grace zu sein. Hm. Ich verstehe. Ich habe mein Bestes gemacht, um eine öbliche Gedanken über Menschen wie dich zu halten. Aber... Lucan sagt mir, dass du dich zu Tommens' Koronation-Party gegründet hast. Wie genau hat das passiert? Es kann nicht einfach sein. Es ist einfach nicht einfach. Oder es sollte nicht sein. Ich mache, was ist necessary, Deine Grace. Ich mache, was ist zu tun. Ich habe mich auch nicht zu tun. Du bist nicht zu tun. Du bist nicht zu nutzen, um die Leute zu bekommen. Du bist gut. Warum würdest du so leidigst, um zu riskieren? Was für was? Das alles sieht recht gut aus. Ich habe meine Familie. Wichtig. Ich will meine Familie. Meine Familie ist noch sehr viel zu riskieren, deine Grace. Es war kreuzig, dass ich anzunehmen. Deine Familie. Manchmal ist das ein einfaches Lied, das wir uns selbst sagen. Wenn ich wüsste, dass deine Probleme mit dem Herrn Andros eine Rolle spielt, eigentlich warst du so eine arbeitende kleine Handmaiden. Die haben nur ihre Kinder eigentlich. Vielleicht nur die Kinder und Jamie. Nein, deine Grace. Das war nicht die erste Mal, dass du die Wahrheit von ihr hattest. Du hast keine Qualität über sie zu lieben, hast du? Sag mir die Wahrheit. Dein Geheimnis ist für mich. Ich habe das in der Vergangenheit. Aber ich will nicht mehr. Du bist eine klare Mädchen, nicht wahr? Vielleicht habe ich deine nördlichen Stubbornheit für Verlust. Aber jetzt sehe ich, dass es mehr zu dir ist. Du bist eine kreuzige Mädchen. Und vielleicht kannst du mir helfen. Du bist schade. Du bist eine kreuzige. Du bist ein Lieblings Sabine. Du bist ein Lieblings Sabine. Du bist ein Lieblings Sabine. Ich will dich mit ihm sprechen, bevor das Tatsache beginnt. Ich will wissen, wer intends, als ein Begegnung zu sein, zu sein für ihn. Anfassiere das ein Pfade zum Kreuen. Für das wir beide wüsste dich nicht. Ich glaube, ich könnte, Herr Gräse. Es wird nicht einfach. Tyrion ist devious. Sie müssen deine Intention verhindern, sonst wird er dir nichts sagen. Du kannst mir sein, dass du ein Wunderschön für mich bist. Assuming du tun, wie du sagst. In return, ich werde dir das Problem mit Lord Andross. Danke, Herr Gräse. Ich habe nie immer den Mann, in der Fall. Und ich schaue, dass jemand ihn erinnert wird. Du denkst, wir haben dieses Boot für nichts? Ich weiß nicht. Das war eine räuschende Sprache, die du, kleine Bruder gabst. Aber wer weiß, wie viel sie hörten. Sie sagten, dass dein Wunderschön ist, dass dein Wunderschön ist, und eine Orchard, riecht für die Pfeilung. Wir nehmen das, was wir wollen, und sterben jemanden, der wir in den Weg stehen. Es gibt keine Spiele, ohne die Victory. Keine Wunderschön, die Victory ist alles, was wir wissen. Ich zeige ihnen ihre Beds. Ich zeige ihnen ihre Beds. Ich zeige ihnen ihre Beds. Ich zeige ihnen. Was ist das? Was ist das? Bedschöf, was ihr hier? Bedschöf, was ihr hier? Malcom, du bist hier! Und du hast deine Soldaten gefunden. Iron Wrath wird glücklich von deinem Rückkehr. Du kamst durch für sie. Just wie ich wusste, du würde. Ja, man sagt so. Ja. Was ist das? Was ist das für dich? Willst du mit der Königin bleiben? Wenn ich kann, würde ich sie helfen, den Iron Throne zu retten. Imagine, wie ein Mitglied sie hätte, wenn sie zufrieden wird. Leben hier hat dich von dir einen besseren Mann gemacht, nephew. Ja, vielleicht. Vielleicht auch das gleiche für mich. Du bist dein Vater's Sohn, Asher. Für alle deine Unterschiede. Er wäre stolz. Ich schreibe einen Räven in Iron Wrath, um die Roderick zu wissen, dass du nach Westeros wirst. mit, ähm, Sellsworden. Meine Gedanken werden mit dir in der Kampf zu kommen. Asher. Iron from Ice. Wie geht's mit Feuer und Blut, Onkel? Ist das nicht was die Targaryen sagt? Kass dich auf! Ich will den doch dabei haben, oder? Nein, ich will den nicht dabei haben. Ich will den nicht dabei haben. Melke mit den Höhlen nicht sagen. Herr Gott. Aber bemerkbar. Er ist ein schreckiger, kleiner Bastard. Wenn er herausfindet, wer du dir sendet, wird dir nichts sagen. Ich werde alle Worte, die du sagst. Ah, das ist nicht witzig. Mit Jürgen. Ah, ich frage für Brawn. Sie senden mir eine Handmaiden. Well, du bist hier. Du könntest gerne in. Lass mich herausfinden. Deine Familie ist in Gefahr. Und du kommst, meine Hilfe zu suchen? Ja, klar doch. Nicht, dass ich dir mit viel Verwendung wäre. Wie du siehst, ich bin ein bisschen zuverlässig. Ich brachte dir ein Geschenk. Wein? Du kennst den Weg in mein Herz. Und du musst es nicht schlafen. Ich fühle jetzt mal so ein harter Trinker. Es ist nicht schlafen. Es ist schlafen. Es ist schlafen? Cersei würde nichts mehr lieben, als sich die Träume zu retten. Du wirst mich nicht alleine trinken, oder? Sie haben nie jemanden in, um mich zu sehen. Und ich habe mich verletzt, mit mir zu sprechen. Ich habe mich verletzt, mit mir zu sprechen. Ah, eine wirkliche Frau des Norden. Hm. Einige Dinge sind es wert, um zu sterben. Die Müller, Alter. Für die Lügnerin, ey. Ich mag die echt gar nicht. Nicht zu geben. Ich bin die ganzen Forrester ziemlich unsympathisch. Aber die anderen sind noch schlimmer. Die anderen sind noch schlimmer. Ja, es ist die White-Hills. Hm. Es ist eher ungewöhnlich, für eine Handmaiden, die schwarzen Schäden zu besuchen. Bist du behindert? Cersei. Du wolltest wirklich sagen, Cersei send me? Ich will doch die Wahrheit sagen. Bist du bescheuert? Ich muss mich erinnern. Ich dachte, wir verarschen den jetzt. Ich dachte, wir verarschen den jetzt. Ich dachte, wir verarschen den jetzt. Aber ich wüsste, dass es mehr zu dir ist, als man sich erinnern könnte. Das ist alles eine Ruse, nicht wahr? Entschuldigung. Du kommst hier. Wir wissen beide, dass du ein ulteriorer Motiv hast. Ich bin ein Wunsch. Ich bin ein Wunsch. Ich bin ein Wunsch. Das ist die perfekte Plan. Kein Mensch würde es unschuldigen. Kein Mensch von dir überraschen. Bezüglich. Für uns beide. Also, erzähl mir. Cersei hat dich, nicht? Woher ist sie? Ich weiß, ich bin nicht falsch. Die Wahrheit, Mera. Wir sind subtil. Wir sind subtil. Wir sind subtil. Ich kann dir die gleiche Frage stellen. Jetzt erzähl mir die Wahrheit. Entschuldigung. Cersei hat dich gebracht. Ich weiß nicht, was du sprachst. Sie wusste nicht so. Die Gäste haben nie jemanden mit Wein. Das war dein erstes Fehler. Nicht, dass ich nicht die Gestür. Ich wünsche mir die Wahrheit. Nicht, dass ich sie überraschen bin. Ich habe gesagt, dass du vorsichtig bist. Du schraubst deine Worte. Stuhlige Mädchen. Du bist ein Fynn. Lass mich das anhalten. Wir sind nicht zu sprechen. Du hast die Mädchen gehört. Geh. Imp. Was erwartet meine Freundin, dass du gelernt würdest? Wer wird auf deinem Begriff testieren? Sie benutzt dich. Und wir werden so weiter tun. Bis du nicht mehr sinnvoll kürzt. Es ist nicht so, dass ich sie verraten könnte. Cersei ist nicht jemanden, die mit sich verraten. Und was würde Lady Margaery deine neue Freundschaft mit meiner Freundin machen? Ich glaube, dass sie mich glücklich ist. Ich glaube, dass sie dich nicht verraten hat. Lady Margaery weiß nicht. Und ich will es so halten. Du schraubst dich selbst, wenn du denkst, dass es dein Geheimnis ist. Und ohne ihr Schutz, du bist in eine sehr precarische Position. Was soll ich dir sagen? Was soll ich Sersi erzählen? Du bist eine wunderschöne Frau. Ich bin sicher, dass du etwas denkst. Obwohl ich würde sagen, dass du deine Worte sehr vorsichtig wählen würdest. Sersi wird viel weniger verraten, wenn sie dich in eine Lüge verraten würde. Bitte, Lord Tyrion. Ich bedanke mich. Die einzige Hilfe, die ich dir geben kann, ist ein paar Tipps. Du bist eine bessere Lüge. Es ist genug von diesem Scheiße! Du wirst meine Zeit verraten. Ich wünsche dir alles gut, Lady Miracle. Bitte, wer du behauptet? Ja, das war richtig sinnlos. Lady Miracle. Vielleicht gleich mit einsperren. Vielleicht gleich, gleich. Vergeiligt eigentlich. Hast du auf die Uhr geschaut? Äh, ne. Natürlich nicht. Ich glaube, es war jetzt noch nicht lang. Ich weiß nicht mehr, wie viele Fragen sind, wahrscheinlich nur noch ein bis zwei. Ich bin glücklich. Ich war nicht sicher, ob du... mit allem, was passiert ist. Was werden wir jetzt tun? Jetzt, dass wir... was wir sind. Wir werden heiratet. Und niemand wird uns entfernt. Nicht Griff, nicht seinen Vater, nicht Ramsey Snow. Ich hoffe, dass du das sagst. Roderick? Oh, ich bin sorry. Ich dachte, du warst alleine. Guten Morgen, Talia. Hallo, Elena. Oh, ich... ich wusste nicht, dass du zwei... ich meine, ich wusste nicht, dass sie... Es ist okay, Talia. Komm her. Ich bin wirklich sorry. Es ist nur... das ist urgent, Roderick. Und... Es ist okay, ich kann gehen. Sie müssen zwei sprechen. Ich hoffe, ich sehe dich bald. Ich hoffe. Okay, dann. Ich bin listening. Last night, I couldn't... ...I was having nightmares. So, I... Go on, Talia. I went back there. To the Grove. And someone was there. What do you mean? Look! Kann sie auch bald fliegen. Ich bin, Talia. Ich bin wirklich. Ich bin, Talia. Ein Gericht. Wie viele Menschen sind? Wir haben. Wo Griff und die Wighthill garrison sind. Sie sind sogar über Alaina. Ich weiß. Es ist alles. Ich kann es nicht glauben. Wenn ich es nicht gesehen habe, mit meinen eigenen Augen... Du sagst, dass du jemanden gesehen hast. Wer? Someone we trusted. Talia, ich muss wissen, wer es war. Er ist wie Familie, Roderick. Aber es geht nicht. Er ist ein Traitor. Er hat unsere Haus verletzt. Du musst ihn mit einem anderen Mann verletzen. Ich bin sicher, er hat seine Reasons. Aber keine Reasons ist genug genug. Talia, ich werde die richtige Sache tun. Du weißt mich. Ich weiß dich. Deshalb brauche ich dir, dass ich mich verletze. Verletze mir, dass du ihn verletzt hast, Roderick. Jemand, der uns so verletzt wird, hat er sterben. Ich frage dich, dass deine Freundin ihn verletzt wird. Ich bin der Herr von diesem Haus, Talia. Es ist mein Job, die Justiz, nicht die Vengeance. Ich kann nicht sagen, dass ich einen Mann zu töten, bevor ich ihn rauskomme. Du weißt, was er getan hat. Das sollte genug sein. Talia, bitte. Komm mit mir. Er ist in der Great Halle. Ja, und er ist der Waffenmeister vielleicht. Ich finde, er gibt doch keine Rechte in dieser Welt. Wer könnte es denn sein? Der Meister vielleicht. Meister? Vielleicht ja. Nebel. Sein Erinnern mich hat er verloren. Ja, eben. Macht schon Sinn. Geh die Gäste. Geh die Gäste. Ich kann dem nicht nur mal gehen. Immer noch. Ich kann das ja nie mehr. Ich stürze sich jetzt ins Feuer. Das wäre jetzt eine krasse Entscheidung eigentlich. Ins Feuer stürzen oder nicht. Ja egal, wir sollen sich übernehmen von Leben lassen. Ja, das war auch ein Witz. Natürlich geht es das eh nicht. Ist das Asher? Das wäre auch witzig. Ne, das ist der andere Typ, oder? Das ist der Meste. Ja. Das ist der Meste. Ja. Das ist der Meste, oder? Ja. Das ist der Meste, oder? Ich habe nicht gesagt, dass du das lernen kannst. Aber es ist jetzt fertig. Starte zu erklären, Duncan. Was willst du mir sagen? Was ich gemacht habe? Was ich gemacht habe? Ich habe gemacht für deine eigene Goode. Für Haus, Forrester. Für deine Vater. Wir trusten die Junker. Mein Vater schiefst du auf und pickfellst du auf und pickfellst du auf und pickfellst du auf. Ich habe für seine Familie, wie ich meine eigene. Dann warum? Weil du reichlich bist, Roderick. Just wie Ethan war. Choosing der Warmonger, Roiland, als sein Sentinel. Ethan war ein Kind. Aber du bist nicht. Und du hast in dieser Haus, seit dem Tag du nach Hause kam. Verlust du deine Betrothal zu Elena. Ja, der hat auch gar nicht. Es ist nicht wichtig, wie beide von dir fühlen. Lord Glenmore wird dich jetzt nicht mehr verraten lassen. Flägerlich defienden Griff. Und die Artengrin verlassen, um den Preis zu bezahlen. Sie nehmen Roiland zu Highpoint. Wenn der Tag für Diplomation geholfen wurde. Sie haben Arthur getötet. Enough, Duncan! Ja. Du bist nicht ein Lieder. Du bist ein verletzter Soldat, der versucht, dass er noch ein Mann ist. Ich versuche tatsächlich, diese Familie zu verhindern. Alles, was ich getan habe, habe ich für sie getan. Ich habe mich für sie getan. Halt mich für sie. Aber es ist die blöde Wahrheit. Bist du verrückt, Duncan? Du hast uns nicht zu retten, du hast uns zu verhindern. Es ist nur wegen mir. Du hast nicht alle getötet. Verdammt und zerstört. Die einzige Sache, was passiert ist, dass du einen Geist zu mir geholfen hast. Und du hast ihn geholfen. Ich habe geholfen, deinen Vater zu geholfen. Er hat Respekt geholfen. Alles, was du geholfen hast, ist Violence. Dieses Geist. Er ist verletzt, mit dir in charge. Oh, und du weißt es. Es lohnt mich, das zu sagen. Ich wünsche dir, dass du nie aus der Körperskarte ausgerissen hättest. Schau deinen Traitor-Masch. Ich weiß, was ich getan habe, ist, dass ich zu verletzt habe. Das ist richtig. Duncan, wie könntest du... Mein Herr, Griff ist weg. Jemand hat ihm geholfen. Was war das, was du gemacht hast? Der Herr ging dich an der Exchange. Ich habe das gemacht, um deine Leben zu retten. Aber Ryan, Duncan, ich habe dich vertraut. Ich habe dich vertraut. Nein, in den Kerker. Nein, öffentlich. Aufgespieße. Krass, ey. Das finde ich ein bisschen krass. Let's just get this over with. What do you want me to do with him, mein Lord? Das ist eine coole Entscheidung. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder in fünf Sekunden eine Entscheidung oder so. Möchtest du mich? Und ich werde dir helfen, dir zu retten, Asher. Er ist in Gefahr, Roderick. Was meinst du? Ich weiß, Herr Lods' Plan. Ich spare mein Leben. Und ich werde dir alles erzählen. Bitte, Roderick! Sie sind sicherlich sicherlich. Er hat nur das gemacht, um uns zu retten. Du musst entscheiden, Daniel. Was auch du entscheiden, temper deine Angst mit Geist. Nicht für meine Worte, sondern für deine Familie. Das kann man nicht übernehmen. Ich sage einfach einen Satz und dann stelle ich ihn runter so. Wir sagen nur einen Satz. Trockenbrot LP, der beste Kanal auf YouTube. Und da gehe ich jetzt von jedes Wort... Okay, mach's dir. Trocken? Ne, mach's selben. Mach's, okay. Mach du mal. Ich kann die Maus nicht nehmen. Trockenbrot LP. Was hast du gesagt? Bester. Bester. Kanal. Auf YouTube. Krass, ey. Okay. Das ist leicht gerade. Das geht schon. Du hast es geschafft. Es war die richtige Sache. Was hat Duncan gesagt? Wir müssen Usher warnen. Wir können nicht, nicht wenn er am Meer ist. Mein Herr. Was machen wir? Was machen wir? Bereiten die Hörer. Wir gehen zur Krieg. Krass, der Typ. Jetzt würde er ja einfach sich in den normal gehen. Nicht doch. Er hat seine Maus in den Oren gebracht und er hat seinen Holzenstoktor geschlossen. Ist der der Blut in den Händen. Es gibt ihm Macht. Ja, aber er hatte kein Master-Mill, wenn er jetzt gerade mit dem... Ja, er hat doch mit so einem Sentier. Der kann aber nicht halten. So, die Folge sei schon längst vorbei. Überfolge, bis dann.